und heute aber irgendwann na dann auf geht's und heute einstüblich Clubhouse was war denn das? hooper funktioniert so Das war's für heute. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich bemühe mich, ich tue mein Bestes. Kein Problem. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ich komme mit hoch. Ich komme mit hoch, ja. Verbindung wird aufgebaut. Ressource konvertiert. Platz wurde deaktiviert. Das andere habe ich jetzt hier gegenüber auch, glaube ich. Ja. Wo soll ich reinsetzen? Ach, da bist du. Warte mal. Die war im L.E.K., ja. Voll. Warte mal. Oh Mann, was weiß ich mal! Jetzt kommen wir mal. Aber das sind alle in den Blät, wir suchen. Wir können alle in den Blät, wir können alle in die Stora. Jetzt kommen wir mal, wir sehen uns. Gut, boil das mal. Schwung der Tore. Warte mal. Ja. Hallo, wir machen uns den Regeln. Warte mal. Ich hab noch mal. Ich hab auch noch etwas... Klammer bereit. Uiuiuiui. Ah, scheiße, ich bin tot. Das war von dem links drin. Ein Loch. Hat er worden. Ich setze eine Drohne ein. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. 5 Sekunden übrig. Schade. 5 Sekunden übrig. Wo soll ich hin? Lagerhalle. Ja, ok. Ok. Wir müssen eine Bombe aufspüren. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. 5 Sekunden. Du bist bei Hadi, ne? Naja, dachte ich mir schon. Ich guck mal drauf. Dann machen wir sie überhaupt. Oh, unten an der Tür der Garage. Der Warden. Danke. Du bist bei dir. Und hier. Geh. Du bist bei. Weißt du. Du bist bei der Kirke. Wir waren. Du bist bei. Ich kann dir leider nicht helfen, genau in dem Moment, wo ich ziehe, dritte Ladung packen wollte. Das war's für heute. Eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Raus, bitte, Viecher. Gut, dass ich hier einen Muttenjäger habe. Gut, dass ich hier einen Muttenjäger habe. Das ist, weil die will alleine den Ruhm haben, klar, dass sie mir hier das Team auslöscht. Die würde es gerne alle mal knallen. Hä? Schicke FGN los. Du, beide Drohne, kann man kaputt machen. Oh. Was? Ah! Was? mit freundlichen grüßen der war gut hochgeschissen das ist der eine von den einzigen von denen ich habe noch nicht gehört der gerade der rasiert uns aber gerade ziemlich und er ist der einzige der was kann bei denen geführt aber kunststück wenn ich die ganze rauslaufen kann muss die bomben sichern dann verstärkt dich schlimm das war eigentlich auch der gedanke dahinter vorbereiten jetzt wird vorne jetzt haben wir nicht ich war hier ja die sind schon drin mission gescheitert eigener operator gefallen hauptsache der 13 kills der idiot dieser das der einzige der bei denen auch was kann bestimmt so 13 jähriger der jetzt mal erzähl ich hab alle mal rasiert ich hab alle mal Untertitelung des ZDF, 2020